ich habe hier den neuen trockenbauschrauber der firma flex db 45 18 volt bürstenloser motor ist ein super gerät mit viel kraft leicht klein handlich liegt super in der hand ergonomisch geformt es macht spaß damit zu arbeiten ich möchte den schrauber nicht mehr missen mit schnauern machini ist dritte gouter baut ist schnella die blau gehneltiere malen manneta's ich zu Hause ich magasin ist da dritte gouter zahe schnella Für große Fläche ist es perfekt. Servus, ich bin der Gipser Felix. Ich arbeite hier mit einem Flex-Tockenbauschrauber. Das ist wirklich ein geiles Teil. Es macht einfach Spaß, wenn man Power hat. Wenn man vor allem schnell unterwegs ist, dann gehen die Platten ein bisschen schneller dran. Wir allgemein als Team möchten das nicht mehr missen und es macht einfach Spaß damit zu arbeiten. Das ist einfach ein geiles Teil. Das ist einfach ein geiles Teil.